Die Kernfrage, brauchen wir eine neue Männlichkeit? Man, dazu habe ich echt keine Meinung. Jeder hat doch eine Meinung dazu. Es kommt jetzt auch noch jemand hinzu, da gibt es ein drittes Mikrofon und ein Stuhl. Harry Styles, jetzt kommt Harry Styles. Nein, das ist er. Das ist der Mann fürs Leben. Ja, ja. Harry Styles sieht einigermaßen aus, springt auf der Bühne rum und hat wohl ab und zu Glitzer und hier Weiberkram an. Entschuldigung, hab in die Hölle mit mir. Mist, Kerl. Also so der klassische, erfolgreiche Multimillionär. Und sie findet den gut. Hm, könnte das wieder mit Biologie und Realität zu tun haben? Lieber Gott, nein. Und sie sagt jetzt wahrscheinlich, ja, der ist ja so weiblich und trotzdem finden wir den gut. Der ist ja so ein moderner Mann. Harry Styles ist ein toller Mann, nur mit Glitzer. Oh Gott, sieht der gut aus. Nein, aber er sieht nicht nur wegen Glitzer gut aus, sondern auch, weil er ein guter Harry ist. Er ist auch ein guter Harry. Er ist mega geil. Das müssen doch 60 bis 70 Prozent der anderen Typen auch mitbekommen haben. Das diese, der macht Hallen voll, voller Frauen, die denken, oh Gott, Harry, einmal dich berühren. Ich werde für immer glücklich sein. Ja, weil er so viel Glitzer anhand, weil er so ein moderner Mann ist. Und nicht, weil er irgendwie so ein erfolgreicher Multimillionär ist und so weiter. Nee, nee. Na, es liegt nicht an seinem Status, sondern es liegt an dem Glitzerkram. Ihr wisst, dass es so ist. Der hat Blusen an. Der, der, oh Gott, der ist so, der ist so. Aber, liebe Ariane. So weiblich, dass man sich's gar nicht vor... Ja, jetzt kommt er, glaube ich, mit Realität. So, und da musst du doch, da musst du doch verstehen, hä, wer ist der Typ denn mit dem ganzen Glitzer... Das lässt er nicht gelten. Ja, nur Glitzer. Der ist ja super erfolgreich. Alle Frauen lieben den. Guck ich mir da jetzt was ab. Und er erfüllt auch wieder in vielen anderen optischen Kriterien klassische Männlichkeit. Ja, ja, der Typ ist, ist ganz gut. Ist ganz gut. Immer wieder dann die Zurückroderei und so weiter. Aber er lebt nicht komplett in Wolkenkuckucksheim. Da könnte ich mir vorstellen, dass der privat bei einem Bier durchaus normal ist, wenn er halt nicht gerade arbeiten muss für die Öffentlich-Rechtlichen. Wenn der jetzt wie ein ganz so gewöhnlicher Typ aussehen würde und würde sein Glitzer-Trank, ja, dann sieht er eher aus wie... Elton John. Gildo Horn. Ganz genau. Also ja, vom Aussehen her, da hängt es noch gar nicht so wirklich ab in dem Fall, obwohl er ja auch einigermaßen hier einigermaßen aussieht. Der liebe Kollege, vor allem hier, sieht doch ganz, ganz gut aus und so weiter. Aber er ist halt auch ein Weltstar wahrscheinlich. Ich merke, ich kenne ihn in- und auswendig. Aber er steht halt auf der Bühne und hat Millionen Fans und ist Multimillionär. Hm, warum ist das denn für Frauen attraktiv? Auch wegen den Glitzer-Klamotten. Ganz klar. So ein bisschen ist das so etwas in die Tasche lügen, weil trotzdem kommt er natürlich eigentlich als Male-Model. Wenn der Harry Styles nicht so aussehen würde, wäre das auch schon wieder eine andere Nummer. Genau, aber ich sage, die Message ist, du kannst Glitzer tragen, obwohl du ein Mann bist und du bist dann kein Lauch, sondern Frauen denken sich, ey, ich finde dich super attraktiv. Wenn du gleichzeitig Multimillionär bist. Es geht eher nur darum, wenn du super attraktiv bist. Das ist, glaube ich, ein bisschen mein Punkt. Du kannst nicht unbedingt, meine ich, ich glaube, so weit sind wir noch nicht, du kannst nicht unbedingt... So weit sind wir noch nicht, weil das ja das Ziel ist, dir die Fingernägel zu lackieren und ein super attraktiver Mann zu sein, der als total anziehend und männlich wahrgenommen wird. Aussehen wie Ed Sheeran und gleichzeitig dann auch noch mit Glitzer und irgendwas. Genau, aber meine These ist... Und dann bei heterosexuellen Frauen so voll abräumt. Und jetzt sind wir an dem... Ja, ja, hat er recht. Ihr wisst ja, das Thema Männercoachings und so finde deine Männlichkeitsseminare ist im Netz wirklich big. Warum ist das denn im Netz so big? Wir haben doch jetzt so neue tolle Geschlechterrollen. Das müsste doch einfach immer besser werden. Meine Zunft müsste doch irgendwann obsolet werden. Warum ist sie das denn nicht? Hm, Überraschung wieder. Es gibt auch noch andere Angebote, die sich speziell an Männer richten. Und so eins hat unser Gast besucht. Es war ein sehr spezielles Erlebnis, sag ich mal. Holen wir ihn mal rein. Apropos bedrohliche Männer. Oleg war bei einem Rudel-Workshop. Genau, jetzt kommt der Typ hier von Die Frage. Da gerne mal, lieber Kata, bitte wieder das Video einblenden, als ich ihn hier verarztet habe beim Rudel. Er sitzt da, warum auch immer, im Schlafanzug. Und hören wir uns mal an, was er als Fazit dazu sagt, wie er das fand. Und im Endeffekt habe ich bei so einem Workshop mitgemacht. Wir haben uns mit dem harten Kern getroffen. Die nennen sich die Wölfe. Aber wenn du von Leuten redest, redest du von Männern oder redest du von allen Geschlechtern? Es sind... Von allen 700 Geschlechtern. Ausschließlich Männer. Es sind 21 Männer, die so aufgepumpt sind. Die sagen, ihnen fehlt ein bisschen maskuline Energie in der Welt. Das wird abgebaut, da haben die gar keinen Bock drauf. Und davor hatten wir ein Box-Training eine Stunde lang. Und dann sind wir auf diesen Run gegangen, haben mit Baumstämmen gepumpt. Wieso denn die Fackel? Ich sage euch ehrlich, wie man richtig männlich ist, das habe ich immer noch nicht verstanden. Und was sagen die Leute, die Männer, die da teilnehmen selbst, was ihnen das gibt? Ein paar sagen... Ja, gute Frage. Das ist für die einfach so ein bisschen Abenteuerurlaub. Aber vor allem gibt es ihnen eben das Miteinander, weil sie halt eben unter Männern sind, die ihren Drang nach Exzellenz, Achievement irgendwie auch sehen, auch auf demselben Level da unterwegs sind. Und deswegen ist das so wichtig. Es ist ja total rudimentär. Also wenn du... Das ist ja ganz normale Gruppenbildung. Ja, das finde ich jetzt ganz gut von ihr, dass sie jetzt nicht sagt, oh Gott, das ist ja total toxisch, weil ich muss ja jetzt dagegen sein. Es gibt die Sendung ja jetzt vor. Das gleiche Interesse, wir haben die gleichen Probleme, wir haben die gleichen Voraussetzungen mehr oder weniger. Und dann fügt sich so eine Gruppe natürlich viel homogener zusammen. Hier treiben sie ja diese klassischen Männlichkeitssymbole auf die Spitze. Das zu zeigen, dass man körperlich stark ist, sich gegenseitig zu messen. Baumstammnatur, die verstehen sich glaube ich schon auch jeder für sich als Alphamann. Auf jeden Fall. Ich glaube schon, dass... Haben sie diesen Begriff unironisch benutzt? Die haben sich da nicht nur zum Sport machen getroffen, nicht nur um extremen Erfahrungen irgendwie zu sammeln. Denen ist, jedem Einzelnen von denen ist super wichtig, persönlich irgendwie die beste Version seiner selbst zu sein. Und dann haben sich alle jeweils zwei Stunden komplett leise hingesetzt, ohne miteinander zu reden und so gechannelt. Manifestiert. Manifestiert, wie ihr Jahr 2024 sein soll. Sehr seriös hat alles mehr oder weniger gewirkt, außer dass halt alle ihr T-Shirt ausgezogen haben. Da ist sie ein bisschen lockerer jetzt und grätscht nicht so dazwischen, wie toxisch das doch alles ist. Dass wir Männer an sich arbeiten, irgendwie die beste Version aus sich machen. Also, ja, wenn sie jetzt so ganz Hardcore-Feministin wäre, dann würde sie das jetzt absolut grauenhaft finden. Männer, die an sich arbeiten, irgendwie besser werden wollen, um Gottes Willen. Keiner darf das! Weil bis jetzt finde ich es total gut. Bis jetzt denke ich mir, gut, das mit dem, wir müssen uns jetzt messen, da bin ich nicht so ein Typ für, aber das ist... Also, wir machen... Sich messen ist schlimm, aber ne, da geht's ja jetzt. Wir sind so ein bisschen roher vielleicht, okay, alles klar, wir manifestieren, wo möchte ich hin mit meinem Leben und so. Da setze ich mich mal hin und schreibe da mal in mein Journal. Das finde ich bis jetzt alles noch super. Ja, das hat mich überrascht, so wie sie bisher hier vorher war. Also, das finde ich sehr gut. Da war sie jetzt mal ganz, ganz normal und gar nicht so feministisch dagegen protestiert, wie gewalttätig und schlimm das doch alles ist. Und dass ja automatisch alles auch rechts ist und rechts ist wieder Hiti. Also, da denke ich mir aber, du, mach das mit deiner Fackel am Tag. Das verstehe ich nicht, aber wenn es dir Spaß macht, mach das. Ja, hat sie schon auch recht. Und deswegen finde ich es bis jetzt noch, das macht doch Spaß, ist doch toll, mach das doch mal. Aber jetzt... Ja, gut. Jetzt kommt vielleicht was Einartiges. Vielleicht kommt jetzt aus, wer weiß, wie er darauf reagiert. Sie hatten eine Überraschung für mich. Das ist ein Penis, oder? Das ist von einem Ochsen? Ach so, ein Ochsen. Ein Ochsenpenis. Und den haben wir dann gegrillt. Die hauen sich auf ihre Brust wie Affen. Oleg, du hast jetzt die Ehre, den Ochsenschniegel zu verkosten. Müssen da alle immer nackt sein? Ich weiß es nicht. Aber ein bisschen Abhärtung ist schon grundsätzlich in Ordnung. Endlich normale Leute! Weißen alle von diesem Ochsenpenis ab. Mein Gesicht spricht Bände auf jeden Fall. Und jetzt kommt es, das Ganze war ein Joke. Und dass es dann doch nur ein Truthan-Hals war. Und kein Ochsenpenis. Ja, war doch ein ganz lockerer Joke. Außer für den Truthan. Aber ansonsten doch durchaus ein ganz lockerer Joke. Bisschen veräppelt. Ist doch ganz witzig gewesen. So würde ich sagen, sehr klassischer, sehr junger, männlicher Humor. Ja, ja. Hast du mitbekommen, wie die dort grundsätzlich zu Homosexualität stehen? Es gab einen Typen dort, der heißt Sergej. Und alle ziehen gerade ihr T-Shirt aus. Sehr gay kommt jetzt. Dann kam Sergej und er wollte sein T-Shirt gerade nicht ausziehen. Und dann kam einer und meinte, ja, bist du sehr gay oder bist du sehr gay? Und dann wurde er ganz kurz aufgehalten von den anderen. Er stand über mein Haupt, ich finde es ganz lustig. How dare you! Ist das jetzt der Joke des Jahrhunderts? Ja. Nein, ist es nicht. Kommt ein bisschen darauf an, wie er gemeint ist. Wenn das jetzt wirklich ein Schwulen-Hasser ist, dann ist das, ja, nicht zu empfehlen logischerweise. Dann ist das grottig. Und ansonsten, ja, es ist ein ganz lustiger Witz. Aber ja, je mehr von diesen Witzen im Umlauf sind, desto eher wird das dann normalisiert. Haha, Schwulenwitze und so weiter. Die sind ja immer so albern und so lustig und kann man sich immer drüber lustig machen. Ja, gesamtgesellschaftlich ist das so eine Sache. Aber man kann auch mal einen Schwulenwitz machen. Wie ich immer sage, meine Nachbarn sind schwul total locker. Leute, die machen auch Schwulenwitze und sind locker damit. Ist aber vielleicht auch nochmal was anderes. Kommt drauf an, wer das macht und mit welcher Absicht und wie oft auch. Ich würde nicht sagen, die sind per se homophob. Aber Schwul ist schon eher ein Zeichen von Schwäche oder das Wort für schwach. Was ich interessant finde, wenn man denen so zuschaut mit ihren durchtrainierten nackten Oberkörpern und so. Super homoerotisch. Ja, naja, das hat natürlich homoerotische Komponenten. Ja, kann man reininterpretieren. Sie fassen sich auch gegenseitig an und ich glaube, ey Bro, stabiler Typ und so. Die am weitesten weg sind, also zumindest vermeintlich von Homosexualität oder die das weit wahrscheinlich von sich. Sagen sie auch von Top Gun 1 immer, weil in irgendeinem Film hat es der Tarantino doch gesagt, ja, das ist eigentlich ein Homo-Film so ungefähr, aber das ist ja auch nur Quatsch. Nur weil sie da nackt rumspringen und so weiter, ist es jetzt nicht direkt homoerotisch alles. Das wird auch oft reininterpretiert, wo du als Typ gar nichts drüber denkst. Einfach nur denkst, ja, es ist halt Abhärtung und oben ohne hier rumspringen. Wenn ich denen sagen würde so ein bisschen, homoerotisch ist bei euch eigentlich auch, oder? Hat das was mit dir oder deinem Bild von Männlichkeit gemacht? Das hat auf jeden Fall was mit mir als Oleg, der ja ein Mann ist, gemacht, weil ich musste mich zum Teil überwinden. Vor allem dieses Eisbaden hat mir einen richtigen Rest gegeben, aber im Endeffekt nach... Ja, ist doch gut, sich überwinden müssen ist doch was Gutes. ...dem man durch war damit, mit etwas, worauf man eigentlich gar keine Lust hatte, da war man schon ein bisschen Stolz. Ja? Ja, das ist aber nicht modern, das ist aber ein altes Rollenbild, was ihr jetzt hier propagiert. Ähm, ob das jetzt irgendwie mit meiner Männlichkeit zusammenhängt, sagen wir mal dahingestellt. Darf ich jetzt nicht sagen, im öffentlichen Fernsehen. Ja, natürlich hat es auch mit Männlichkeit zu tun, hier sich überwinden und so weiter und so fort. Ich finde das super männlich, wenn Sergej sagt, vor mir stehen sehr gut gebaute 15 Männer, die sich wie Silberrücken auf die Brust schlagen und schreien und mich dann noch, obviously, geringschätzig als sehr, sehr gay... War das jetzt geringschätzig oder war das wirklich nur ein blöder Joke? Das ist ja auch die Frage. ...anmachen und ich dann trotzdem noch sagen würde, halt doch, die Fresse, Alter, ich mach, was ich will und behalte mein T-Shirt an, würde ich mir denken, alles klar, da haben wir den Stärksten von der Gruppe, der sich genau dagegen stellt und sagt, ich mach genau, was ich möchte. Wird jetzt so ein Kampfszenario draus gemacht, viele Frauen raffen das auch nicht, das ist halt so ein bisschen Verbrüderung unter Männern und ein bisschen Jokes. Und ja, müssen jetzt immer sexistisch sein, nein. Und ihr könnt mir gar nichts. Da, das, da sage ich als Arian-Alter, finde ich attraktiv, finde ich sehr männlich. Das wäre Next Level. Next Level, ja, da hat sie aber zumindest wieder Stärke beschrieben als positiv jetzt. Diese starren Männerbilder sind auch eine reale Gefahr für die Männergesundheit. Bei Männern werden statistisch zwar weniger Depressionen diagnostiziert, was aber nicht heißt, dass Männer weniger darunter leiden. Sie suchen sich halt oft auch keine Hilfe, weil psychische Probleme ja gleichgesetzt werden mit vermeintlicher Schwäche. Das wäre zum Beispiel was Negatives, wenn du dich dann vor lauter Männlichkeit oder angeblicher Männlichkeit nicht traust, zum Arzt zu gehen und zu sagen, irgendwie brauche ich jetzt mal Hilfe, ja. Finde ich auch ganz gut, dass sie hier Probleme von Männern auch ernsthaft ansprechen. In vielen Fällen leider auch zum Suizid führt. Ari, du hattest das vorhin schon mal erwähnt. Hier noch die Zahlen dazu. Laut dem Statistischen Bundesamt wurden 2022 75 Prozent der Suizide in Deutschland von Männern begangen. Stellt euch mal vor, wenn das andersrum wäre, wenn das bei Frauen der Fall wäre, was dann hier tagtäglich durch die Medien geistern würde. Tun Sie was! Tun Sie was! Tut irgendwas! Laut aktuellen Zahlen des Gesundheitsministeriums sterben deutlich mehr als doppelt so viele Männer in Deutschland an den Folgen von Alkoholmissbrauch. Insbesondere ein hegemoniales Männlichkeitsmodell, dass Männer stark sein zu haben, dass Männer nicht versagen, dass Männer rational sind. Doch, du sollst stark sein, nicht versagen und rational sein oder zumindest darauf hinarbeiten, ja. Dass Männer nur eine reduzierte Emotionalität an den Tag legen. Auch sinnvoll, kein Fähnchen im Wind zu sein, dich nicht von deinen Emotionen steuern zu lassen. Tatsächlich dazu führen, dass Männer ihre psychischen Belastungen nicht gut wahrnehmen und somit auch nicht Hilfe in Anspruch nehmen und so am Ende auch gesund zu bleiben. Ja, das wäre schlecht, so weit zu gehen. Wie gesagt, das wäre schlecht. Trotzdem sollst du halt das, was sie jetzt hier als negativ aufgezählt hat oder tendenziell negativ, doch das bitte an den Tag legen. Aber wenn du merkst, du bist belastet, dann halt Hilfe suchen. Ja, ganz normaler Typ wie immer. Also alles absolute Raketenwissenschaft. Aber ja, viele Männer können das nicht und das ist durchaus so ein bisschen wie die Gewalt ein negativer Aspekt des ganzen Männertums. ...sogar im Suizid enden kann. Gleichzeitig ist natürlich dieses Unterdrückte auch ein Problem für Frauen, wenn es dann beispielsweise um Gewalt in der Partnerschaft geht oder um Femizid und dergleichen. Allein die Stimmung. Also gesellschaftlich, ne? Wenn wir viele Männer haben, die psychisch krank sind, was total in Ordnung ist, aber die sich aus Gründen von, ich möchte nicht eingestehen, dass bei mir irgendwas nicht so optimal läuft. Ja, ja, ja. Wenn es schlecht läuft, dann such dir Hilfe. Ja. Wenn die sich alle in unserer Gesellschaft bewegen. Und ja, das kann auch in Wut und Frustration umschlagen durchaus. Ja, ja, das wäre dann wirklich der toxische Part, dieses bescheuerte Wort, aber ja. Dann ist das natürlich auch eine viel aggressivere Gesellschaft. Ja, absolut. Dagegen würde wieder was helfen? Feminismus? Nein, sinnvolle, positive Männlichkeit. Psychisch krank zu sein ist ja sozusagen schon das Schlimmste, was dann passieren kann. Die Vorstufe ist, und das betrifft dann vermutlich auch noch viel mehr Männer, nicht genau über seine Emotionen entweder Bescheid wissen, nicht darüber reden und auch vielleicht Angst davor zu haben, sie zu zeigen. Muss ja auch, wie gesagt, nicht immer dieser Lappen sein, der den ganzen Tag drüber siniert und quatscht und so weiter. Einfach feststellen hier, mir geht es nicht gut, ich habe negative Emotionen und negative Gedanken und ich habe nicht das Leben, was ich gerne hätte. Also Hilfe in Anspruch nehmen. Und das betrifft, glaube ich, viele. Männer müssen sich trauen, irgendwie offener zu sein und über ihre Gefühle zu sprechen und eben auch schwächer zu zeigen. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es aber auch so. Nein, du sollst nicht überall Schwäche zeigen. Geh halt zum Coach, zum Therapeuten und erzähl einfach, was los ist und dann kann dir je nach Thema hoffentlich geholfen werden. Das ist wahrscheinlich sowieso, zumindest aus meiner Sicht, das Geheimnis von so Rollenbildern, dass es in Wirklichkeit keine festen Rollenbilder sind, sondern so fluide. Ja, das sage ich ja auch immer. Deine Persönlichkeit ist nicht in Stein gemeißelt, sondern ein fließendes Konzept. Aber ich empfehle das dann trotzdem eher im männlichen Spektrum hin und her fließen zu lassen und nicht von Mann nach Frau und wieder zurück und dann die Fingernägel lackieren und so weiter. Genau. Dass du nicht sozusagen auch für dich persönlich, also auch wenn wir uns einen einzelnen Menschen anschauen, dass du nicht sagst, so bin ich jetzt. Oder in dieser Konstellation, in dieser Beziehung, so bin ich immer und so bist du immer. Ja, wie gesagt, er ist durchaus ganz gut, er versteht vieles, aber denkt es dann nicht zu Ende aufgrund der Political Correctness Sperre im Kopf oder Programmierung auch einfach. Du bist auch der Durchschnitt aus den fünf Personen, mit denen du am häufigsten rumhängst und ja, wie wird das wahrscheinlich sein? Was wankelmütig klingt und vielleicht auch sogar ein bisschen sein kann, weil so ist der Mensch, der hat Launen und dem geht es mal besser und mal schlechter. Aber dass man das eben... Vorsicht vor dieser Story. Ja, man hat Launen, einem geht es mal besser und mal schlechter. Also ja, hat er durchaus recht mit verschiedenen Facetten und so weiter. Da empfehle ich aber eher ein bisschen der kernigere Typ zu sein und eher der bisschen liebere Typ. Aber trotzdem alles auf eine männliche oder auch klassische männliche, gute, positive Art und Weise. Und nicht dann auf einmal zum Social Justice Warrior da zu mutieren. Jetzt haben wir aber in der Mitte noch unsere Man-Box mit euren Zetteln. Jetzt kommt die Man-Box. Also die Frage am Anfang war für euch, was ist so die erste Assoziation zu Männlichkeit? Nummer eins. Ansagen machen. Macho. Ja, das ist wirklich... Also ich kenne wenige Frauen, die Machos sind. Ja, ich einige auch nicht. Nee. Also wenn, dann ist es männlich. Naja, ansagen können Frauen schon durchaus auch ganz gut, wenn sie ein bisschen auf dem ziegigeren Pfad unterwegs sind. Aber ja, ist eher Klischee-männlich halt ansagen machen. Und ansagen machen kann ja auch was Positives sein. Genau. Und aber da bist du auch ziemlich schnell, finde ich, eine Wurst leider. Es ist nicht so ein männlich, sondern... Das Ansagen machen kann ja, finde ich, sogar noch positive Seiten haben. Macho halte ich auch für nur negativ konnotiert. Nein, gib doch den positiven Smiling-Macho, wie ich das immer empfehle. Der schamlose Mistkerl. Ja, breitbeinig in der U-Bahn sitzen. Machen auch nur Männer. Alter. Dieses nervige Manspreading-Thema. Wieder ganz normal, wenn du als Mann ganz normal da hockst, dann hast du halt nicht wie Günther Jauch die Beine übereinander geschlagen, sondern hockst da ganz normal und hast die Beine auseinander. Und ja, wieso machen die Frauen das nicht? Ja, weil es halt unschick aussieht. Bei einem Mann sieht es lässig aus, bei einer Frau sieht es merkwürdig aus. Machen nur Männer, da gibt es keine Frauen, die so sitzen. Also ich glaube, das hat aber nichts damit zu tun, von wegen, ja, mein Penis muss hier irgendwie belüftet werden, sondern ich... Doch, du hast ja auch was zwischen den Beinen. Es ist halt, je nachdem wie du da sitzt, unangenehm die Beine übereinander zu schlagen. Ich glaube, Jungs und Männer haben einfach gelehrt bekommen, du kannst dir den Raum schon nehmen. Ja, genau. Da wünsche ich mir mal, dass die dann mal ein Jahr lang in meiner Haut stecken sozusagen und mal merken, nein, dass die meisten Männer genau das Problem eben haben, dass sie das nicht haben. Dieses Ich darf Raum einnehmen und so weiter. Das ist ja gerade das Problem der meisten Männer, dass sie heute nur noch Mäuschen sind. Deshalb sind die Männer ja so unzufrieden heute. Nicht, weil alles so männlich und so toxisch ist, sondern weil du eben den ganzen Tag gesagt bekommst, hier sei ein Lappen, sei ein Weichei, das ist die bessere Männlichkeit. Und dann machst du es und es funktioniert hinten und vorne nicht. Also die Männer sind so unglaublich, die nehmen so unglaublich viel Raum ein. Es gibt eine ganze Nice-Guy-Epidemie sozusagen. Es ist ja nicht so, dass jetzt die Männer alle so toxisch sind. Ganz im Gegenteil. Und Frauen haben das nicht gelernt und deswegen gehen die da rein und sagen, ja, Beine breit, alles klar. Es sieht halt auch einfach aus wie ein Hund. Wenn du jetzt als Frau da so breitbeinig da hockst, es sieht halt einfach wild aus. Außerdem kommt das auch noch aus einer Zeit, als Frauen hauptsächlich Röcke getragen haben. Meine Güte. Genau. So. Bier. Das stimmt. Also irgendwie Bier in Deutschland ist schon so irgendwie mit Männern verbunden. Finde ich auch. Nicht jeder Mann trinkt Bier, Frauen trinken auch Bier. Fußball, Bier und Alufelgen ist auch so die Klischee-Männlichkeit. Da empfehle ich auch drüber hinaus zu wachsen, beziehungsweise noch mehr am Start zu haben. Klar, aber das waren jetzt eher so die Klischees, von denen ich aber finde, dass sie tatsächlich stimmen. Jetzt kommen deine intellektuellen Karten hier. Die mit dem Kreuz unten, die sind Stereotyp und die mit dem Herz unten, die finde ich gerade männlich. Okay, jetzt habe ich hier etwas mit Herz. Und das finde ich sehr enttäuschend, das sehe ich jetzt schon. Das findet die Ari gut und hier drauf steht groß und stark. Groß und stark findet sie gut. Hm, könnte das wieder mit Realität zu tun haben. Ja, stellt euch diesen Disconnect in der Birne vor. Bist dann stark feministisch, aber findest groß und stark gut. Was ist das für ein Disconnect in der Birne sein? Und größer und stärker. Und größer und stärker. Und das bedeutet quasi, ich finde das schon sehr attraktiv, wenn jemand größer ist und stärker, weil ich mich dann beschützt fühlen kann. Sie gibt es immerhin zu. Sie können es ja jetzt auch verschweigen und verneinen. Und das kann ich jetzt nicht erzählen, weil es jetzt nicht feministisch ist, nicht dem Playbook entspricht. Sie gibt es immerhin zu. Ähm, die Frage ist natürlich, vor was suchst du Schutz? Wo man groß und stark sein muss? Und das Schlimmste ist... Ja, da sind es wieder die bösen Männer. Obwohl das auch stimmt. Wenn, wirst du am ehesten von Männern natürlich angegriffen. Wenn man sagt, ja, dann kann ich dich beschützen. Vor wem denn? Dann ist die Antwort meistens, wenn man ganz ehrlich ist, oh, vor anderen Männern. Warum musst du mich vor anderen Männern beschützen? Oh, und dann wird das plötzlich sehr unschön. Ja, und das ist interessant. Ja, noch gerade richtig gerettet. Aber sie hat es doch gemerkt, oh, das war jetzt nicht so ganz feministisch, deshalb müssen wir da wieder die Kurve kriegen. Nehme ich mal an, dass das intern so ablief. Dass auch du... Hat sie aber nicht Unrecht. Ja, das wollen viele Männer auch unter den Teppich kehren. Wenn du angegriffen wirst, wirst du natürlich in der Regel von Männern angegriffen. Aber wenn du ein Mann bist, wirst du auch noch mehr von Männern angegriffen, als wenn du eine Frau bist. Männer sind nicht sicher über die Größe ihrer Dicken. Und deswegen müssen sie sich über die Idee töten. Und trotzdem hast du natürlich noch schlechtere Karten, wenn du eine Frau bist und körperlich noch unterlegender bist. Auch du als sehr feministische Frau, die eigentlich ja sonst eben nicht diese Männlichkeitsklischees befeuert oder bevorzugt, trotzdem da sagst, naja, aber mein Mann soll schon groß und stark sein oder größer und stärker als ich. Aber dieses größte Thema, ja, Größe schadet nicht, aber nur weil du jetzt 1,85 oder 1,90 bist, bist du jetzt automatisch gut mit Frauen. Woher haben die Leute das aus dem Internet und weil es beim Online-Dating durchaus relevant ist. Aber in der Realität ist das jetzt nicht so wahnsinnig relevant, wie es immer alle gerne hätten. Aber die Leute haben ja ihr Weltbild nur noch aus dem Internet. Die meisten Leute sind ja nicht unterwegs und machen Erfahrungen, wie es wirklich draußen ist im Dating-Game, sondern gucken halt passiv irgendwelche YouTube-Videos. Und da wird dann gesagt, weil es online wirklich auch so ist, ja, ja, du musst so und so groß sein, sonst hast du gar keine Karten. Und sagen so, okay, dann übernehme ich das jetzt einfach so. Und erzählen dir das in den Kommentaren auch noch. Ja. Sport mit Herz. Genau, das ist meine Sicht. Männer lieben Sport. Das ist eine Schande. Fußball, Sport. Da gehe ich mit meinen Jungs hin. Da mache ich selber Sport. Mensch, da mache ich nochmal Basketball. Finde ich schon sehr faszinierend, dass das einfach einen gefühlten größeren Drive hat als Frauen. Und da irgendwie habe ich das Gefühl, ja, Männer und Sport, das passt zusammen. Ja, das bestimmt das Patriarchat und nicht irgendwie die Atome, die das auslösen. Und jetzt kommt noch etwas mit Herz von dir versehen. Das heißt, das ist was, was du gut findest, was du dir wünschst, was, glaube ich, jetzt nicht so allgemein typisch ist. Weinen können ist gleich Stärke. Jetzt muss wieder geweint werden. Bitte nochmal das Hakan-Meme einblenden. Genau, ich finde nämlich, dass es stark ist, wenn du weißt, dass du Gefühle hast, wenn du dich kennst, wenn du deine Gefühle einschätzen kannst und wenn du die Stärke hast, das auch zu artikulieren. Und das ist so überflutet mit Stärke für mich, dass wenn ich einen Mann weinen sehe, der das nicht mit Scham macht, dann denke ich mir, ey, du hast so ein Selbstbewusstsein, du ruhst so in deiner Mitte, das ist das Stärkste, was ich finde, was man machen kann. Und deswegen finde ich das... Das Stärkste, was man machen kann, ist jetzt vor der Frau zu weinen. Wie gesagt, es kommt ganz darauf an, in welcher Situation, welcher Typ du dann bist, weswegen und so weiter und so fort. Aber nein, der klassische Tipp ist jetzt nicht, werde so stark, dass du vor deiner Frau weinen kannst, sondern krieg dein Leben auf die Kette und dann kannst du weinen, wenn irgendwas ganz Schlimmes passiert, dann bitte vor ihr wegen mir auch ganz normal weinen, aber nicht wegen irgendeinem Kinderpille-Palle da vor ihr rumflennen und dann noch der Typ sein, wo sie sagt, um Gottes Willen, es ist einfach nur ein Lappen. Das ist krass stark, wenn man weint und deswegen finde ich das männlich. Letzter Zettel von der Ari, Toxic. Männlich. Steht da drauf, ist also... Sehr, sehr männlich, du bist die Frau, ich bin der Mann, ich muss stark sein, ich darf nicht weinen. Alpha, das Bild vom Alpha-Mann. Genau, ich habe die geile Karre, ich muss mehr verdienen als du und wenn das andersrum ist und ich habe einige Freundinnen, bei denen ist das so, das ist dann ein Problem. So und da denke ich... Da hat sie recht, Lappen, die dann ein Problem damit haben, wenn die Frau ein bisschen mehr verdient. Trotzdem ist es auch für Frauen oft schwierig, wenn die Frauen dann mehr verdienen. Da hat sie jetzt so halbe Sachen aufgezählt, die ich auch ungünstig finde, aber auch Sachen wie, hier muss ein bisschen Erfolg haben und so weiter, die natürlich sinnvoll sind, das anzustreben und daran zu arbeiten, das auf die Kette zu bringen. Also das Problem haben nur Männer, Du, von mir aus kannst du gerne die Kohle nach Hause bringen. Aber das ist halt auch... Ich habe genug anderes zu tun auf dem Sofa. Ich kann das aus. Ja. Eben gar kein Problem. Das ist kein Thema. Genau. Einmal noch kurz abschließend die Kernfrage. Brauchen wir eine neue Männlichkeit? Ich sage ja, weil Studien belegen, dass die aktuelle Männlichkeit, die wir haben, Menschen einfach krank macht. Die aktuelle Männlichkeit ist ja aber jetzt keine positive, schamlose Misskerrlichkeit, wie ich das empfehle. Es bedeutet nicht, dass du kein Mann sein kannst. Es bedeutet nicht, dass du jemand sein musst, der du nicht bist. Wenn du keinen Bock auf Nagellack hast, mach das. Ich finde einfach schön, wenn Männer auch Menschen sein dürfen und sich selber entdecken. Und manchmal möchte ich in die Badewanne und manchmal möchte ich nackt mit einem Baumstern auf dem Rücken durch Polens Wälder laufen. Mach das. Solange du das willst, cool. Solange das jemand dir anders aufdoktriniert hat und sagt, übrigens, das kleine Kreuz kannst du noch bei der AfD machen, dann mach das besser nicht. Das muss immer mit rein und krampfhaft, wie es auf rechter Seite immer heißt. Er ist so links-grün versifft. Das muss einfach immer mit rein, egal bei was. Ja. Also, ich glaube, ein Bild für alle, das kann nicht funktionieren. Also, das brauchen wir nicht, weil das ist eine... Ein Bild für alle, das kann nicht funktionieren. Es gibt wieder keine Übereinstimmung. Und auch, was sie gesagt hat, war ja einfach nur 0815. Wenn du dich gut fühlst, fühl dich gut. Wenn nicht, dann fühl dich schlechter. Es ist ja schon sehr 0815. Kein Wunder, dass es halt nur ein Podcast ist. Und das ist, finde ich, auch gar nicht wünschenswert in einer heterogenen Gesellschaft. Ich würde mir wünschen, dass wir fluider werdende Rollenprofile haben. Und da müssen sich auch, aus meiner Sicht, beide Geschlechter bewegen. Weil wenn wir über ein Männerbild reden, hat das zwangsläufig immer auch was damit zu tun, in Abgrenzung, was ist eigentlich das Frauenbild. Auch als Frau empfehle ich jetzt, immer eine Frau zu sein. Und jetzt nicht auf einmal Fußballbier und Alufelgen und jetzt die männlichste Frau da zu sein. Ganz komische männliche Eigenschaften. an den Tag legen. Außer das, was hier auch hier Durchsetzungsfähigkeit und Gas geben und Disziplin und so weiter und so fort. Das gerne mit reinnehmen. Aber auch immer noch auf eine weibliche Art und Weise. Sonst wirst du halt nicht als tolle Frau wahrgenommen, sondern irgendwie, die hat eine komische männliche Energie am Start. Genau wie die Frauen auch sagen, der ist irgendwie nicht vernünftig männlich. Der hat eine komische, viel zu feminine Energie am Start. Und was passiert? Keine Polarität, keine Anziehung. Da erwarte ich sozusagen am liebsten von beiden Geschlechtern, dass wir uns aufeinander zubewegen, dass der Mann sehr viel weniger von diesem ganzen Alpha-Gedöns an den Tag legt oder vermeint legen zu müssen, als Ja, wenn da das wirklich negative Alpha-Gedöns mit gemeint ist, ja. Vielleicht jetzt noch ist und umgekehrt. Aber dann natürlich auch, dass die Frauen erkennen, dass wenn auf der einen Seite auf der Liste was dazu kommt, vielleicht an weicheren Eigenschaften, dass auf der anderen Seite was weggestrichen werden muss, um Männer nicht zu überfordern. Aber ganz wichtig ist, finde ich, es kann keinen festen Katalog geben, dass du morgens aufstehst und bist jeden Tag so, sondern wenn wir jeden Tag im Mensch sind und mal bist du so in die eine Richtung und mal ich in die andere, dann wäre es... Ja, es darf keine Übereinstimmung geben. Du darfst keinen Tipp geben können, wie du als Mann im Schnitt erfolgreich wirst. Ja, das ist anscheinend ganz schlimm, wenn du sagst, hier, das funktioniert beim Hundetraining und das funktioniert in der Persönlichkeitsentwicklung. Das darf anscheinend auf keinen Fall passieren. Warum auch immer, ist das ganz, ganz schlimm und ganz, ganz schlecht, weil das ist ja so pauschalisieren und bla, bla, bla. Dann gibt es gar keine Psychologie, keine sinnvolle, wenn man nicht sagen könnte, hier, das funktioniert im Schnitt. Das kommt im Schnitt dabei raus, wenn Leute über ein Thema quatschen, in dem sie logischerweise keinerlei Erfahrung oder Expertise haben, woher auch. Wenn du da vernünftige Beratungen haben willst mit konkreten Tipps, auch was funktioniert aus der Erfahrung raus und wirklich in der Realität auch, dann komm gerne zum Coaching, die Links dazu sind unten in der Beschreibung.